Hast du alles, Max? Klaro, ich bin wunschlos glücklich. Ich glaube nicht. Guck mal an, wie männlich er ist. Wenn du einmal so männlich wärst wie er hier. Ich bin doch männlich, guck doch mal. Wenn du männlich bist, dann bin ich ja männlicher als männlich. Guck doch. Also wenn du dir so sicher bist, dann lass uns das jetzt mal testen. Ich bin männlicher als du zu 100%. Ja Leute, wir sind Max und Chris. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gewinne tragen grün, Leute. Team Max hat das letzte Game wieder für sich entschieden. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, haben wir uns heute hier versammelt, um zu testen. Wer von uns? Ist ja jetzt männlicher. Und das testen wir heute in dem männlichsten Parcours ever. Team Max ist ja wieder in Führung. Ach ja, Max. Heute werde ich meine Führung ausbauen. Da, nun gewinnt Team Max das Plastik-Battle. Ja. Gewinne das Ragegrün. Gewinne das Ragegrün. Danke Christopher, dass du sein Bild gekauft hast, denn er kannte dich und deswegen habe ich gewonnen. Gewinne das Ragegrün. Ich sing jetzt noch ein bisschen weiter. Ja. Wenn ich heute gewinne, Max, dann bin ich wieder in Führung. Ach, laber doch nett. Das wird eh nicht passieren. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mit dem männlichsten Parcours ever. Der Parcours besteht aus fast unmöglichen vier Stationen. Nach jeder erfolgreich absolvierten Aufgabe erhält der Mitspieler ein Item für sein Korb der Gier. Der Parcours gilt erst als beendet, wenn man alle vier Items auf sein Kassenband legt. Der Schnellere gewinnt. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Schnick, schnack, schnuck. Scheiße. Egal. Maxi. Ja. Möge der Bessere gewinnen. Jawohl. Drei, zwei, eins, go. Oh. Nein. Oh Gott. Der war ja. Der war ja. Ja. Hast du zu wenig Super-Fert geguckt? Oh ja. Der ist auch. Nein. Oh, oh. Ach, du Scheiße. Aha, Max. Ich dachte, du bist hier männlich, also musst du hier auch stärker sein. Oh ja. Oh. Oh, der war richtig gut. Shit. Oh, du fährst. Ah, der fährt aus. Tony Hawk. Komm, Max. Ja, der war dünn. Der zählt, oder? Der zählt, der zählt. Ja, der zählt. Ah, nein. Der war dünn. Oh, Max. Du kannst dir ruhig Zeit lassen. Ich habe auch noch einen Kaffee bei, wenn du willst. Ha? Jetzt Tony Hawk wie früher auf der Playstation 2. Uhu. Wie bleibst du eigentlich? Hä? Tony Hawk bist du's. Tony Hawk. Ach, du Kacke. Ah, nee. Nee. Ah, Chris, bitte chill noch eine Runde kurz. Vor allem, wo fährst du denn lang? Oh, die Eier. Hä, wieso ist das richtig? Jetzt fährt einfach die Eier um. Okay, Max. Ah. Bringt das bisschen Regen dich nicht aus der Ruhe hier? Nein, nein, nein. Du bringst mich aus der Ruhe jetzt. Aber warum? Uh. Nein. Die Eier auf. Hier müssen wir auch heil ankommen. Pass auf. Ich seh das, wenn man die fallen lässt. Ah, du hast was vergessen. Du hast was vergessen. Was? Oh, die Grillkohle. Ich hätte es nicht sagen, so ein Idiot. Scheiße. Das war mein Tod, glaube ich. Rein jetzt mit den Dingern. Okay, okay, okay. Huh. Yeah. So. Lass dir Zeit. Passiert gar nichts. Komm. Ruhig. Ruhig du vorne. Komm. Eier laufen, Max. Komm. Lass es doch einfach runterrutschen. Das ist bestimmt ganz schön rutschig mit dem Regen, oder? Klappt das gut? Du kannst es doch mal fallen lassen. Das bestört Kai, wenn du mal fallen lässt. Ja. Nee. Ist doch gelobt. Oh, wie schade. Okay, du musst jetzt hier nicht eine Kurve machen. Das ist schneller eine Kurve. Komm, das kann doch nicht sein. Nee, das kann doch nicht sein. Jetzt hier rum. Einmal im Kreis und dann einfach wieder fallen lassen. Okay? Nein. Nein. Hey, stopp. Stopp. Schafft es jetzt bis zum Ende. Und dann auch noch wieder zu. Jetzt ab zum Aufzug mit dir. Komm, stopp. Ah, nee. Aufzug, Aufzug. Bitte geh auf Aufzug. Bitte. Ich hoffe auf den Rechten. Bitte einfach der Rechte. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Hallo, das kann doch nicht sein. Der geht nicht auf. Komm, stopp. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Hallo. Ach, nee. Das ist doch Manipulation hier. Aha. Zeit, 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 Zeit. Zeit ist Geld und Zeit ist Geld. Schneller. Ich bin schneller. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir waren oben so viel besser. Heiße Ware. Heiß und fertig. Danke. Ja, voll. Da ist doch schon das Old Spice. Oh, no. Komm mal in den Busch gehen. Schneller. Schneller. Wo sind die Dinger? Komm mal Deo-Rolle. Komm mal Deo-Rolle. Komm mal Deo-Rolle. Wo sind die Deo-Rolle? Komm mal Deo-Rolle. Komm mal Deo-Rolle. Und weiter geht's. Puh. 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 Jetzt kann ich einladen. Okay, die mal ab zum Ziel kommt. Puh. 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 Alter. Ich weiß nicht, ob es gereicht hat. I made it. Boah, ich glaube, das wird spannend. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß meine Zeit ja gar nicht. Lasst uns gemeinsam sehen, wer gewonnen hat. Kommen wir zur Entscheidung, Leute. Was denkst du, wer hat gewonnen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich war schon echt richtig gut. Ich weiß nicht, ob es eine knappe Kiste war. Wir wissen ja, dass Bayern ja unsere Zeiten gar nicht. Das ist nicht das Problem. Es wird jetzt der Sieger gekürt. Okay. Mohen, draw. Mohen, draw. Und, Ren, für wen erteidest du dich? Wer ist... Wer ist... Oh, ich. Nein, ich? Niemals. Ah! Ja! Nein! Ich hab verloren. Wuhu! Smell like a man, Babys. An der Stelle auch danke an Old Spice für die Unterstützung bei dem Video. Hat echt mega Bock gemacht. Max, komm. Du sollst auch mal ein bisschen besser riechen. Ey! Ah! Ich glaube es nicht, dass der Hans Wurst jetzt wieder in Führung geht. Ja, kommen wir. Leute, schreibt auf jeden Fall für Max Bestrafungen jetzt in die Kommentare. Denn er hat ja verloren und wieder sehr, sehr, sehr gute Bestrafung, Leute. An der Stelle denkt dran, abonniert diesen Kanal nochmal dickes, fettes Dankeschön an Old Spice für das Ganze möglich machen hier. Es war echt mega, mega geil. Und an dieser Stelle, wie gesagt, abonnieren, Däumt nach oben dalassen, kommentieren. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.